Willkommen, Runner und Spielleiter. Wir sind dabei, im Schnelldurchlauf eine Reihe Persönlichkeiten aus den neonbeleuchteten Slums und dunklen Z-Zonen der sechsten Welt zu treffen. Ein einzigartiger NPC-Katalog von 35 lowlife Charakteren, die eure Spielabende bereichern sollen. Doch bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis. Einige der Bilder, besonders die Trolle, könnten als gruselig empfunden werden. Es geht los. Byterunner. Sie ist aus Liebe zu alten billigen Arcade-Spielen, zur Code-Crackerin und später zur Deckerin geworden. Jedoch kann sie kein Blut sehen. Gearhead. Er darf auf einem Schrottplatz von einem Bekannten squatten. Baut Drohnen aus Müll, würde sich nie auf ein Boot trauen. Silver Tongue. Nur wenige können ihre Ansichten so durchsichtig Setzung stark vertreten wie sie. Verbringt ihre Zeit gerne mit politischer Graffiti. Hat jedoch eine Aversion gegen Elfen. Slick. Ein selbsternannter Großhexer. Kann zwar paar Feuerzauber, ist aber nicht so groß wie er denkt. Doch sollte man ihm das nicht unter die Nase reiben, denn er ist sehr jezornig. Ghost Whisperer. Eine durch und durch urbane Schamanin. Sie ist verbunden mit den Geistern der Stadt. Wo sie aber auf keinen Fall dabei wäre, kämpfen in der freien Natur. Sucker Punch. Ein Amateur-MMA-Kämpfer mit einem melancholischen Gemüt und einer starken Aversion zum Schusswaffengebrauch. Steel Blade. Sie ist generell nachtschwarz gekleidet. Eine wahre Klingenmeisterin. Sie hat eine kleine Sammlung antiker Schwerter und ist reinlichkeitsfanatig, wie es nur die wenigsten sind. Crash Override. Ein Cyberpunk mit Punk großgeschrieben. Seine Kabelnetzinstallationen sind ästhetisch phänomenal. Womit er in einem Dayjob auch gutes Geld verdient, wenn er es nicht mit seiner Würfelspielsucht sofort wieder verprasseln würde. Turbo. Eine junge Ork-Dame mit Vorliebe zu inoffiziellen Drohnenrennen. Sie schwört auf Mitsuhama-Produkte. Alles andere ist für sie nur Schrott. Grins. Ein wahrlich liebenswürdiger Typ. Beeindruckt bei Zeiten an der Straßenecke durch Taschenspielertricks. Und hat Riesenprobleme beim ersten Kontakt. Doch ist erst mal das Eis gebrochen, hat man neuen Freund. Bolt. Durch und durch überzeugt von esoterischen Weltanschauungen. Zaubert Voltz und Ampere aus ihren Fingerspitzen, als wäre es nichts. Doch fangt keine Diskussion mit ihr an über organisierte Religionen. Spirit Fist. Ein indianischer Schamane, der mit den fünf Tiergeistern seines Stammestotems verbunden ist. Er leidet an einer genetischen Krankheit, die sein potenzielles Nahrungsmittelspektrum auf das rein Karnivore einschränkt. Iron Foot. Key-Adaptin, die ihrem Mentorgeist Pferd folgt. Bei ihr werden die Dinge sofort erledigt. Nix mit auf dem letzten Drücker. Doch wird der Run brenzlig, empfiehlt ihr Pferd, das Weite zu suchen. Razor Tosk. Ein besonders einschüchternder Zeitgenosse. Mit einem ziemlich harmlosen, doch finanziell anspruchsvollen Hobby. Lizenzierte Miniaturarmeen. Pixel. Eine Technomancerin. Meisterin des digitalen Diebstahls. Doch es ist wirklich schwer, sie anzutreffen, denn sie hat mächtige Feinde. Skyline. Hat ein paar insektengroße Drohnen, mit denen er hier und da Spionagejobs annimmt. Er war lange Zeit Taxifahrer und kennt daher die Stadt bis in die kleinsten Gassen. Ein solcher Stadthelf kann ohne Stadtgeräusche nicht mehr schlafen. Frost. Eine eiserne Verhandlungsführerin. Hat früher ein paar Gigs als Model gemacht. Heute verhandelt sie mit Schmitz und Johnsons. Ihre Guilty Pleasure. Mexikanische Telenovelas. Webber. Ein Zauberer, der Fokus herstellt. Er trägt immer seinen ersten selbst erstellten Fokus bei sich. Ein zerfranztes Kuscheltier. Hauch. Ein Schnipsen mit ihren Fingern und es kommt ein Sturm auf. Wenn sie sich in ein Thema kniet, macht sie es 101%ig. Zumindest für eine Zeit, bis der Wind aus einer anderen Richtung weht. Dagger. Ein Key-Adept, der den stillen Angriff perfektioniert hat. Doch sollte man eins wissen. Tiere sind ihm wichtiger als Meta-Menschen. Nightwing. Eine ernstzunehmende Kriegsveteranin und seit zehn Jahren Parkourmeisterin. Hört sie jedoch orchestrale Musik, versetzt sie diese in PTSD. Bite Breaker. Ein alter Matrix-Soldat, der müde ist. Doch muss auch er sich über Wasser halten. Und so bekommt man ihn bei Zeiten, dazu in die Matrix zurückzukehren. Seine Informationssucht befriedigt er durch das Lesen von Büchern. Jeder Menge Bücher. Gearlock. Eine Spinnendrohnen-Riggerin. Sie bastelt häufig für lau in einem Repair-Café und sammelt vor ihrer Bude leidenschaftlich gerne Straßenpflanzen, die sie in provisorischen Kübeln zu einem halben Dschungel drapiert hat. Silberbad. Ein Informationsbroker. Hast du gehört, dass da so ein Gerücht geben soll? Wende dich an ihn. Doch vergess nicht die Moneten. Er liebt Deko-Artikel und lässt sich daher gerne auch mit Tingle-Tangle bezahlen. Scribe. Eine studierte hermetische Magierin und Expertin in der Runenzauberei. Sie lebt für die Street-Art-Szene, wo sie freundlicherweise hier und da ein paar kleine Schutzzauber hinterlässt. Stonesinger. Ein nordischer Schamane. Seine Verbindung zu Erdelementaren ist mehr als beeindruckend. Doch fangt mit ihm keine philosophischen Debatten an. Außer ihr habt Zeit. Viel Zeit. Iron Fist. Eine Key-Adaptin mit dem Mentor Bär. Trinkt gern, schlägt sich gern und steckt ihr gesamtes Geld in die Optimierung ihrer Heimaudiotechnik. Axtsturm. Ein Zwergenkrieger der traditionellen Schule. Meisterhaft mit dem zweischneidigen Wuchtinstrument. Und Social Media süchtig. Wächter. Eine Hackerin, die im Meatspace etwas plump ist. Doch eine Virtuosin in der Matrix. Sie verbringt die meiste Zeit damit, an ihren Comics zu zeichnen. Stahlfuß. Ein Fahrzeugrigger mit einem überdimensionierten Transporter. Die Crew besteht aus fünf Trollen. Kein Problem, steigt ein. Und wenn es mal keinen Auftrag gibt, so übt er sich in der Kunst des japanischen Blumensteckens Ikebana. Grimm. Eine geradezu mütterliche Trolldame mit einem Herzen aus Gold. Doch sieht sie irgendwo Ungerechtigkeit, kann sie sich nicht zurückhalten. Und es fliegen die Worte. Wird irgendwo eine Katze schlecht behandelt, dann fliegen die Fäuste. Juma. Ein Rastafari-Magier, der ein Repertoire an psychologischen Zauersprüchen hat. Er wäre sicherlich schon reich, wenn der gute Mann nicht seinen letzten Cent zur Familie in die Heimat schicken würde. Erdenruf. Eine Schamanin, die sich auf pflanzenorientierte Magie spezialisiert hat. Doch achtet darauf, dass die Gänge nicht zu schmal sind. Denn sie leidet ernsthaft unter Platzangst. Stille Kraft. Ein Kia-Adept, der wahrlich unerreicht in der Meditationskunst ist. Er sieht darin den Sinn des Lebens. Wenn er also gerade mal nicht auf Ansprechen reagiert, am besten in Ruhe lassen. Eisenhorn. Eine Punkrock-Schlagzeugerin und Straßensamurai. Unzerstörber im Kampf und marxistische Anti-Kapitalistin. Und damit schließen wir unsere Charakterserie ab. Ihr habt sicherlich bei jeder einzelnen Person unzählige Ideen zu Geschichten, die sie bereichern. Sollte euch dieses Video also gefallen haben, lasst es mich durch ein Like oder einen Kommentar wissen. Denn nur so kann ich sehen, ob es wirklich gut angekommen ist und ich weitere solcher Kataloge machen soll. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Rollenspielen. Sollte euch mit K supp. Hend Papa lam. Und das immer ich mit Kuus. Die Baby.